Auch wenn du jetzt gerade noch auf dem Flug bist in der Hells Rocket, egal ob du Economy fliegst oder First Class, ganz egal, ich möchte dir jetzt einen Ausblick geben auf unser Reiseziel. Also dir als Spieler oder Spielerin, jetzt in der CEB- oder A-Jugend, aber auch dir als Trainer oder Vereinsverantwortlicher, wenn du dieses Video guckst. Es sieht doch folgendermaßen aus. Du spielst Handball und du möchtest erfolgreich Handball spielen und du möchtest im Optimalfall gesund bleiben. Denk mal ein paar Jahre weiter. Wo möchtest du spielen? In welcher Liga? Bei welcher Mannschaft? Willst du Führungsposition sein bei dir in der Mannschaft? Möchtest du einfach, sag ich mal, vom Training, vom Spiel immer alles geben können, ohne dass du viel verletzt bist? Oder wenn du dich mal verletzt, dann musst du schnell wieder zurück auf die Platte kommen. Das ist ganz, ganz entscheidend. Du möchtest gerne, dass alles andere noch funktioniert. Das heißt auch deine Familie, deine Freunde, Freundinnen, dass dein ganzes soziales Umfeld auch mit dir happy ist und du das Ganze nicht als Stress erlebst, was da in deiner Handballkarriere passiert. Nein, du willst richtig Spaß haben, gesund sein und ganz oben mit dabei sein. Das sind die Ziele. Und genau das, genau das Reiseziel, das peilen auch wir an mit dir als Spieler oder Spielerin, mit deiner Mannschaft oder, wenn du Trainer, Vereinsverantwortliche bist, eben mit deinen Mannschaften und Spielern. Und genau das macht die Health Rocket. Wir wollen den deutschen Handballnachwuchs fördern, indem wir sie ganz weit nach oben bringen. Und das gesund und ausgeschlafen, sagen wir es mal so. Das wirkt sich hinterher positiv aus auf alles andere, auf Schule, auf Beruf, was auch immer kommen mag in ein paar Jahren. Alles das kann positive Folgen mit sich bringen oder anders. Nein, Health Rocket wird positive Folgen mit sich bringen. Und jetzt, wie gesagt, sind wir mit dem Einführungs-Video-Bereich vorbei. Und jetzt ist die Frage, ob du sagst, ich nutze einfach Content oder ich steige dementsprechend die First Class. Was du machen kannst, ist, wenn du sagst, wie funktioniert denn das Programm? Was passiert denn dort genau? Dann siehst du hier noch ein paar Videos zum Thema Ablauf, was passiert beim Schlaf, bei Ernährung, bei Training, bei Stress. Kannst dir auch noch kurz anschauen, haben wir auch kurz Videos und Infos. Und ansonsten freue ich mich jetzt darauf, dich persönlich kennenzulernen in einem unserer Trainings, im Chat oder bei einem Talk, wie auch immer. Alles klar, wir machen dich zur Handball-Rakete. Danke, der Björn.